Hallo Leute, jetzt kommst du in Folge LS19 auf der Felsbrunnen mit dem Feetgei. Moin. Guten Tag. Oh, Feetgei ist auch mit dabei, ne? Kannst du mal noch den Utopia reiten, wenn du willst? Moment, ich bin... Sekunde. Ich geh mal ein Phantom bauen. Hab ich schon. Ah, okay. Was haben wir denn eigentlich an Feldern? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah ja, nur die zwei. Das eine ist eingesät, ja. Also wen soll ich noch mal reiten? Den Utopia noch mal. Hm, ja. Das ist der braune. Der hellere, ja. Und wie kann ich hier einsteigen? Kann ich gut. Wie geht denn das einsteigen? Eh. Ah. Was ist da noch Düngen hier? Ich glaub's ja nicht, ne? Noch. Ja, genau. Du siehst du auch in der Anzeige da, tägliches Reiten steht dann da. Das weißt du ja, ne? Und ich glaub, man muss keine 10 Minuten reiten. Das hier ist doch abgeerntet oder ist das im Wachstum? Wachstum. Oh, dann lauf ich grad platt. Oh, dann lauf ich grad platt. Und ich glaub... Der hänge dann raus. Der Pilaf. Aber ich glaub, was ist das die Idee ist. Und ich glaub, es ist nicht schlecht. Der Pilaf. Der Pilaf. Und ich glaub, es glaub ich nicht. Ja, ich war ein linker ivory. Ich glaub, es war ganz wichtig. Ich glaub nicht, ich glaub ich. und jetzt geht's um halb voll stoff geben hier spuren streiten oder kurs schon haben wir aufgenommen den kredit ja guck du bist jetzt schon neun acht prozent geritten waren keine zehn minuten voll geil man bräuchte hier wirklich so ein parkour ja irgendwo irgendwo gibt es ein parkour hier sicher und eigentlich macht schon spaß so ein bisschen reiten macht auch echt spaß nein wo ist utopia er kriegt einen neuen namen von mir der kann ja so bleiben oh jetzt redet er sich zu mir wir machen ein haund raus wir stehen da hier wo ich stehe die haben echt alles oh du musst deinen striegeln guck alle hundert prozent geritten das ist ein auch umbenennen Donnerblitz oh nee ja lass ihn doch wer muss denn gestriegelt werden der Robin nicht mehr guck es ist schon hundert prozent geritten also eine minute ist von wegen zehn minuten hallo was ist los hier wird nicht mehr drüber gedrängt aber wir müssen mal gucken dass wir irgendwann ein feld herkriegen wir brauchen kalk ja stimmt haben wir einen kalkstreuer? ne haben wir gar nicht hauern tiefenkuber haben hauern tiefenkuber städten alles da gegenüber da kommt alles in den unterstand ich sag doch der unterstand der ist genial ja man wir brauchen ich glaube ich habe ein paar missionen wie ich sagt Geld kommt Haben wir eine Striegel? Nein. Das ist das Feld 13. Wo ist das? Unkrautvernichtung, I.O. Wo ist das Feld 13? Ah, ja. Das ist ein größeres Feld, ne? Trinkt aber auch dementsprechend viel Geld, ne? 595.000 Euro Kredit. Ja, das mach ich noch weg. Hast du die Lok an? Ja, warum? Geh mal in den Holland und mach da mal einen schönen Screenshot von... Egal, irgendwie, dass er richtig schön aussieht, ne? Ich hab den nämlich auch irgendwie ausgeschaltet. Ah, ja. Aber was für ne Taste warm das jetzt hat? Oh. Muss ich da unbedingt drin sitzen als Person? Ne, ne? Ne. Habe ich. Kannst du weitermachen. Kannst du ein bisschen Raps wegfahren, du willst. Hm? Ein bisschen Raps wegfahren. Oh, ja. Ja. Genau, wir fahren 3 kmh. So sieht's aus, ne? Ach, ja. Entspannend, ne? Wie viel kmh? 12. Man ehrst mir so mit den eigenen Maschinen, ne? Ich hab auch geguckt, was man machen könnte, aber das... Da war nix dabei, was man irgendwie jetzt hat. Was natürlich gut verwerten konnte. Damit spritzen geht, ja. Och Gott, das Auto biegt einfach vor mir ab. Kann man ein paar Euros, ne? Das wird arg, 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 arg knapp. Nö. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. 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 Die neue Musik ist geil, ne? Wo? Ja, ja, ja. Die ist richtig entspannt. Vor allem, es gibt jetzt die 70er-Channel und alles. Das finde ich voll gut. Ich finde es voll geil, wie die Federung von den Raum über mich. Hat sich nicht rendiert, ne? Äh, nee. Wenn man auch irgendwas wegfasst. Soja oder irgendwas, ist mir egal. Nee, Soja fahr ich nicht. Ich würde nämlich ja irgendein Feld gern kaufen. Soja, dass die Preise gefallen mir im Moment. Doch. Boah, das ist ja... Das ist ja nochmal so ein Zugvolle, das ist ja geil. Dann können wir uns die 28 für 29 holen, ne? 28 für Schnee. Oder gucken, es gibt irgendein Feld, das wäre ich spreiswert, habe ich gehört. Da ist nur Feld, da ist fast kein Grundstück. 3. Ist aber relativ groß, ne? Boah. Das Spiel mal wieder ein bisschen erkältet. Ja, 28 kann man sich auch holen und außenrum ein bisschen flügen, ne? Boah, boah, jetzt fängt das wieder an. Ja. Mit GPS wäre es geil, aber so ist es irgendwie ein bisschen... Ja, obwohl doch, das kriege ich hin. Ja, mit dem Kompass unten in der Ecke. Ja, das geht. Das kriege ich einigermaßen hin. Mit dem Lenkrad geht es einwandfrei. Ja, mit dem Lenkrad geradstellen, das ist ein gutes... Lenkrad geradstellen, aber 100% geradstellen. Und guckst du unten auf der Kompass. Genau, und dann kannst du mit der Tastatur ganz leicht dann mit so ganz kurzen Tasten tippen, kannst du dann die Bahn korrigieren. Das habe ich auf der Instanz in La Pacho gemacht, weil ich das eine Feld habe ich in der Walze in vier Stück unerteilt. So, das ist wirklich, das ist exakt planen Giant City da. Ja, ich habe bei mir eh eine Dead Zone drin, ne? Nein, ich habe keine Dead Zone drin. Ich habe die auf zwei Prozent, das ist eigentlich schon cool, ne? Zwei Prozent. Geht sogar. Also ich komme damit zurecht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, heute machen wir Geld. Stopp, 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 stopp. Oh Gott. Boah, erst 50%. Naja, gut. Ich habe mal kurz ausgerechnet, wie viel Geld wir noch kriegen. Du kannst dir irgendein Feld aussuchen. Das ist wurscht. Oh ja. Ich bin heute nicht fertig, ne? Kann man sich ja mal umsehen, ne? Alter. Was ist verkauft? Was? Boah, ach Gott, die Soja-Booten fast 3000. Alter. Boah. Das ist 2,7, ne? Ja, hier ist 2,9. Hier ist noch einer. Ah, nee. Doch, 2,7. Boah. Sonnenblumen 2,4. Auch nochmal eine Rolle voll. Ah, Weizen kann ich nicht leer machen, ne? Oder? Nee. Hafa auch nicht. Weil, weil, ey, wieso kann ich Weizen nicht leer machen? Leer machen, das bringt ja nichts, ne. Aber Weizen, Weizen, brauchen wir das? Nein. Brauchen wir das, ja oder nein? Nein. Hafa brauchen wir. Haben wir Hühner? Nein. Nee, nein. Nee, noch nicht. Boah, das wird jetzt nochmal eine richtig fette Tour. Ich würde ja die 29 nehmen, ne? Die kannst du außenrum richtig schön noch groß machen. Boah. Ich würde ja die 29 nehmen, ne? Was kostet denn weniger? Die 28. Dann nehmen wir mal die... Ja, okay, ist mir egal. 29 ist das Grundstück größer, kannst du noch ein bisschen größer haben. Brauchen wir noch ein bisschen Geld. Noch ein Tausender. Da brauchen wir noch ein Tausender, ja. Warte, bis ich fertig bin. So Leute, das war's noch von der Folge. Wenn dir das schon gefallen hat, ähm, lass ein Like da, lass ein Abo da, da und, ähm, ja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.